Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frey, zockt Fußballmanager 13 im Mikro-Management. Wir haben Montag, den 21. September 2015 und müssen hier ganz, ganz viele Dinge einstellen, denn hier gibt es ganz viele rote Warnmeldungen. Unter anderem sollten wir mit unseren Spielern reden. Okay, das bringt Vorteile, das wissen wir natürlich. Und wir haben die Mannschaft nicht vollständig aufgestellt. Okay, sollten wir vielleicht auch mal reingucken. Dann Transfers, ja, da haben wir hier irgendwie die Kooperationspartnerschaft noch nicht genutzt und wir haben leere Banden und ein Angebot. Und deshalb sollten wir uns hier drum kümmern. Das ist natürlich sehr schön. Moment mal, was? Sieben Banden, ja, ich habe nur noch einen freien Bandenplatz. Die bezahlen aber gut. Jetzt einen Vertrag aufzulösen. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. 11.000 ist jetzt auch nicht die Welt. Ja, verhandeln wir mal. 11.500 für zwei Jahre. Summe vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Ja, so ein ganz klein bisschen. Na, ist okay. Habt mich überzeugt. Ich unterschreibe. Da sind wir wenigstens mal alle Banden los und nehmen 766.000 Euro über Bandenwerbung ein. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Hier fehlt uns immer noch ein Sponsor. Wenn ich sehe, was die Jungs hier so zahlen, dürften das irgendwas um die 150.000 sein, die hier noch fehlen. Also könnten wir 1,3 Millionen eigentlich einnehmen und tun es gerade nicht. Das ist ärgerlich. Hier haben wir auch noch ganz viel Platz und die Zufriedenheit der Sponsoren ist nicht wirklich hoch. Ich bin am überlegen, ob wir es nochmal versuchen sollen, hier Sponsoren anzuwerben. Das kostet zwar immer einen Haufen Geld, aber wenn es uns was bringt, also sprich, wenn wir einen Sponsor finden, der in etwa die Summe abdeckt. Ich meine, wir nehmen 5 Millionen ein und müssen 250.000 zahlen für die Kampagne. Da können wir mal ein bisschen Geld reininvestieren, bin ich zumindest der Meinung. So, Staatsberichtverletzungen, die haben wir ja schon abgearbeitet. So, da sind wir durch, da sind wir durch. Das interessiert mich auch nicht. Der Kooperationsvertrag. Ich mache nie wieder einen Kooperationsvertrag. Wirklich nicht. Es lohnt einfach. Also, es lohnt nicht wirklich. Sagen wir es mal so. So, sie sollten mit ihren Spielern reden. Das bringt Vorteile. Hört sich gut an. Oh, gigantische 30 Punkte Teamdynamik haben wir. In der letzten Woche waren es 4. Cool. Reden wir mal mit ihm. Du hast gut trainiert. Das freut ihn. Dann haben wir da mal ein Gespräch geführt. Dem Shark sagen wir, du hast gut trainiert. Das freut ihn. Also, irgendwie habe ich gerade den Eindruck, das ist gesunken. Kann das sein? Das war doch eben auf 30 und jetzt ist es auf 11 und irgendwie seltsam. Douglas, du hast auch gut trainiert. Mein Gott. Ich bin wirklich schlecht da drin. Du trainierst sensationell. Tito will Stammspieler sein. Ja, du hast gut trainiert. Du wirst auch noch Stammspieler. Nur die Ruhe. So. Ich hebe deine Suspendierung auf. Sagen wir dem jetzt. Ach, super. Das hat mal wieder gut geklappt. Der hat wieder alles zurückgesetzt. Das ist zu weit rübergekommen. Gerson ist sehr leicht darüber. Die letzte Zeit war nicht sehr angenehm für mich, meint er. Aber ich habe mich mit Laufen fit gehalten. Er gewinnt 5 Moralpunkte. So. Ist er jetzt auch nicht mehr suspendiert? Das wäre natürlich schön, wenn er das automatisch gleich mitmachen würde. So, du hast gut trainiert. Sagen wir ihm hier. So langsam legen wir wieder ein bisschen zu. Let es mal sagen wir, du hast super gut trainiert. Ah, das ist, ich weiß nicht. Also ganz im Ernst, mangelster Gesprächsoption ist das ja schon ein bisschen eintönig, wenn die ganzen Gespräche, die man führt, immer so ablaufen, dass man mit dem spricht, mit dem man am wenigsten bis jetzt gesprochen hat und dem dann sagt, du hast gut trainiert. Wir reden beim nächsten Länderspiel, Kevin Fickenscher, dass er zu uns kommt. Okay. Das wollen wir gar nicht. So, Nacho Morial, sagen wir, du trainierst sensationell. So, eventuell hat auch das Wechseln des Kapitäns ein bisschen Probleme gemacht und ja, das habe ich mir natürlich auch gedacht. Die neu verhandelten Verträge, die richtig Geld verdienen, ziehen natürlich die Spieler runter, die nicht so viel Geld verdienen. Das war mir schon fast klar. So, die beiden sind Führungsspieler. Ihn haben wir zum Kapitän gemacht, weil er hier Wechselgedanken hegt. Wir haben keinen richtigen Anführer. Das ist auch ein Problem in der Teamdynamik. So, Trainingspläne. Da sind wir natürlich immer noch auf dem Niveau, dass wir sagen, hier machen wir Angriffstraining, hier machen wir Abwehrtraining, hier machen wir Torhütertraining und hier machen wir zweite Mannschaft, Chaos, alles durcheinander. Systemtraining. Es haut auch rein. Wir haben überall die Taktiken oben. Wie machen wir das über die Infrastruktur und über unseren Trainer? Wir selbst über einen Trainingsplan beeinflussen das so gut wie gar nicht mehr. So, dann haben wir hier Jugendspieler. Da müssen wir unseren Trainingsziele bei Neuen kümmern, aber wir lassen das mal einen Co-Trainer machen. Wir lassen das mal einen Jugendtrainer machen. Weil es ist dann doch ein bisschen zeitaufwendig, da überall jetzt reinzugucken. Ach du lieber Himmel, bis 4.10. fällt jetzt der hier auch noch aus. Das wird ja immer besser. Da sind wir dann also auch schon am Anschlag. Das ist echt ein Drama. Jetzt sitzt unser bester offensiver Mittelfeldspieler auf der Bank wegen der Auswärtsregel. Ausländerregelung. Zwei Leute, die nicht aus Europa kommen oder sowas. Keine Ahnung. Dürfen auf dem Platz stehen. Und schon dürfen wir das Spiel so nicht mehr starten, glaube ich. Und das ist natürlich nicht wirklich sehr befriedigend. Ich hoffe, dass er hier öfter mal eingewechselt wird. Das können wir dem aber doch auch sagen, oder? Automatische Auswechslung regeln. Ergebnis immer. Immer Minute größer 60. Auswechseln. Rechter Mittelfeldspieler. Einwechseln. Rechter Mittelfeldspieler. Ah, da kann man sogar Leute auswählen. Ist ja noch besser. Also auswechseln wollen wir. Ach du lieber Himmel, da haben wir sie alle drin. Einwechseln wollen wir den hier. Und auswechseln wollen wir den Kastellnion. Keine Ahnung. Genau, den hier. Den hier. So. Regel hinzufügen. Priorität 1. Ich hoffe, das macht er in der zweiten Mannschaft. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt hier zu Problemen führt. So, dann müsste er eigentlich in der Halbzeitpause den hier rausnehmen und den hier bringen. Und dann habe ich die Hoffnung, dass er so clever ist, dass er nicht gegen Regeln verstößt und dann noch einen anderen rausnimmt. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich habe so meine Zweifel. Der fällt bis zum ersten Zehnten aus. Das ist nicht wirklich dramatisch. Da bringen wir einen Barz für. Außerdem können wir dadurch auch wieder den Ruau auf die Bank setzen. Und Gerson holen wir für seins. Und ich bin sogar am überlegen. Dann haben wir den nur hochgeholt irgendwie für eine gewisse Zeit. Den verschieben wir nämlich jetzt wieder dauerhaft runter in die zweite Mannschaft. Und bringen ihn, das ist natürlich auch grandios, und bringen ihn hier auf den Platz für Wellington. So, bringen Wellington auf die Bank. Und jetzt können wir auch ihn hier einsetzen. Wie wir bockig sind, können wir die jetzt einsetzen. Weil Wellington ist eigentlich eh, der ist ja außen vor. Müssen wir Wellington wirklich überhaupt noch aufstellen? Das ist nämlich die große Frage, die sich mir stellt. Der Gute ist im letzten Jahr 36 Jahre alt. Klar, der kann der zweiten Mannschaft helfen, weil er gut ist. Aber puh, ihr versteht, was ich meine. So, die nächste große Baustelle, die wir haben, hatten wir gesagt, sind die Gehälter. Alter Falter. So, oh, 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 oh. Das geht aber schlagartig hoch hier. Haben wir den Konkurrenzkampf wahrscheinlich dadurch ein bisschen verringert. Wo haben wir den Konkurrenz? Das hier unten ist zu unübersichtlich. Also wirklich. Das ist da, da. Das ist also. Ich weiß, dass es hier was mit Konkurrenzkampf gibt. Und kleiner hätte man das Fenster nicht machen können, um die Infos zu lesen. Wäre schön, wenn man das irgendwie anklicken könnte, um es größer zu machen. So, der Konkurrenzkampf in ihrer Mannschaft ist extrem. Keiner kann sich hängen lassen. Spieler ohne den Willen, sich durchzusetzen, haben es bei ihnen schwer. Macht plus 110. Also doch nicht zu viel Konkurrenzkampf. Aber Gehälter. Gehälter ist ein großes Problem bei uns. Der Shark, der ist der Meinung, dass er zu wenig verdient mit 1,2 Millionen und könnte damit sogar recht haben, weil das ist mittlerweile ein Hammer-Talent. Also der sprengt ja fast alle Rahmen. Dann haben wir dann schon, wenn wir dem sein Gehalt erhöhen, haben wir schon mal drei Baustellen los. So, die nächste Baustelle, die wir hätten, ist Adili, der zwei Probleme macht mit 1,6 Millionen. Hat auch einen Hammer-Marktwert. Also ist es eigentlich auch wert. Und die einzige Baustelle, die wir dann noch haben, ist Camacho. Der meint, dass er zu wenig verdient. Im Gegensatz zu Buonanotte, der drei Millionen verdient bei uns. 3,3 Millionen. Und das ist natürlich, ja. Wieso verdienen die eigentlich schon so viel Geld? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben den Vertrag doch gemacht, der gilt ab der Saisonhälfte und nicht sofort. Also ab Saisonhälften Wechseldingens, Kirchens. Wieso kriegen die jetzt schon mehr Geld? Das kann doch nicht sein. Die machen wir Probleme damit. Die machen wir massive Probleme damit, weil ich warten muss, dass ich Reservebudget ins Gehaltsbudget packen kann, um wieder Gehälter zu erhöhen. Das ist nämlich auch so ein kleines Problem, was wir hier haben. So, Scouting, müssen wir ganz dringend reingucken. Das scoutet viel, aber irgendwie nix von dem, was wir wirklich brauchen könnten. Defensiver Mittelfeldspieler. Defensiver Mittelfeldspieler. Defensiver Mittelfeldspieler. Ich würde mal sagen, von unten kommt da nicht viel nach. Könnte eine Überlegung wert sein, sich mal so einen 18-Jährigen zu holen. Die Frage ist, was würde der kosten? Das ist relativ billig. Frohe Natur, Lifestyle-Ikone, Fels in der Brandung, gutes Gretchen, gutes Zweikampfverhalten. Eigentlich ist das ja gar nicht mal schlecht. Kaufangebot. Ich weiß ja, wie das geht. Man bietet einfach ungefähr das Doppelte vom Marktwert, dann kriegt man ihn garantiert. Ist zwar teuer, aber einen guten Spieler. So, wir verhandeln mal mit dem. Hört sich ja ganz interessant an. 66er-Defensiver Mittelfeldspieler aus Spanien. Den können wir dann wenigstens einsetzen. So, Jugendscouts. Die müssen allerdings hier mal wieder ein bisschen rotieren. Ach ne, die sind noch am rotieren. Ja, Fußball, Tennis beobachten. Wer soll denn das machen? Keiner. Zu einfach geht's. Keiner. Was haben wir sonst noch? Merchandising. Da verdienen wir immer mehr. Finanzen hatten wir gerade eben schon reingeguckt. Sponsoring haben wir eigentlich auch schon durch. Infrastruktur können wir mal reingucken. Was wir verdient haben, haben wir auch schon gemacht. Irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. Aber gut, dann trainieren wir nochmal schnell für unseren Lauf. Und dann machen wir mal ganz, 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 ganz flott ein paar Tage weiter. So, und ja, super. Das ging jetzt so schnell, dass wir uns noch nicht mal drum kümmern konnten, mit ihm ein bisschen Vorverhandlungen zu führen. Ein bisschen zu pla-pla-pla-pla-palabern. So rum. Ja, er wartet ein gutes Angebot. Ist eigentlich noch in der Entwicklung. Also er will eigentlich noch die Entwicklung abwarten. Und wir hatten leider keinen Kontakt. Das kann ja nur übel enden. So, du wirst für die Amateurmannschaft verpflichtet. Du hast eine große Zukunft, musst aber Geduld haben. Wir machen einen vier Jahresvertrag. Du verdienst bei uns 400.000. Und wieso will der eigentlich Handgeld? Wir bezahlen doch schon 2 Millionen Ablöse. Da gibt es natürlich kein Handgeld. Hast du was geraucht? Ansonsten kriegst du ein 1.000 dafür, dass Auflaufen 10.000, wenn ihr Meister werdet. Du wirst defensiv am Mittelfeldspieler, willst du eine Torprämie? Kriegst vielleicht eine zu Nullprämie. So einen Liga-Bonus gibt es auch nicht. Was sind das hier für Dinger? Gehaltskürzungen dafür auch nicht. Und jetzt hoffe ich, dass der Gute happy ist und den Vertrag unterschreibt. Das Angebot wird akzeptiert und dann haben wir internationale Nominierungen. Das ist super natürlich für so einen wichtigen Spiel. Das hat Dili, Mustafi, Shark und Barth dann erstmal für die Schweiz spielen und für Belgien. Kann man aber machen, nix. Muss mal gucken zu. So, und der wechselt. Sehr schön. Das ging ja relativ einfach. Ich habe jetzt gedacht, weil der bei Real Madrid ist, hat er drauf keinen Bock oder so. So, der hat irgendwelche Leute gescoutet wieder und das Ganze hat sich dann hier wieder ein bisschen erweitert. Oder auch nicht. Klammer zu. Passt. Wir machen weiter und freuen uns drüber, dass in der Saisonhälfte einer kommt, der die zweite Mannschaft im defensiven Mittelfeld verstärkt. So, Shark gegen Zypern gewinnen zu Null. Das ist sehr schön. Hat 3,5 als Note. Das ist nicht schön. Adili mit der Schweiz gegen Weißrussland gewinnen 3,0. Adili kriegt 2,5, aber hat kein Tor gemacht. Mustafi, das freut mich. Macht in der 21. Minute eins der drei Tore. Sehr schön. Wahrscheinlich nach einer Flanke von ihm hier. Ne, der wurde ausgewechselt in der 87. Achso, doch, 87 wurde ausgewechselt. Das passt. So, Lukas ist wieder fit. Das hören wir auch gerne. Denn Lukas ist unser Rechtsverteidiger in der zweiten Mannschaft. Und da sind wir happy, dass wir den wieder einsetzen können. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben hier Moreno, Morales und Mark. Die im linken Mittelfeld spielen können. Ganz schön viele im linken Mittelfeld. So, was ist hier rot? Bitte überprüfen Sie Ihre Nachrichten. Ah, okay, hier. Die wollen mal wieder einen Stürmer beiholen. Ein Zehner-Talent. Gekauft. Gekauft. Wo muss ich unterschreiben? Wo gibt es Geld? Aber sicher doch. Aber sicher doch. Also, bitte. Ein Zehner-Talent-Stürmer. Trippler. Also, wenn man den hier Torriecher hochballern auf... Und das müsste relativ schnell gehen. Weil ein Zehner-Talent. Wisst ihr, wie schnell das geht, dass der das lernt? Oh, ein Zehner-Talent im Sturm. Ja, interessant. Die sind alle weg. Aber wir müssten für die Jugendmannschaften... Wir müssten in vielen Bereichen noch viel mehr und bessere Spieler holen. So, der ist noch nicht da. Der kommt erst noch. Alter Falter. Da fällt mir nichts mehr ein zu. Wo ist eigentlich hier der Stürmer, den wir geholt haben? Der hieß Anders. Der ist weg. Der war Buggy, glaube ich. Und jetzt ist er weg. Und da hatten wir den schon in die zweite Mannschaft gehievt? Nee. Nein, 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 nein. Also, irgendwas hat mit dem nicht gestimmt. Hat man den eingewechselt, war er verschwunden. Da war die Zeile nicht mehr zu sehen. Irgendwas war da wohl Buggy. Boah, mein Jugendspieler entdeckt er so dermaßen stark ist. So, Team diese Woche ein Spitzenspiel gegen... Ja, das ist ja schön für dich. Welche Jugendmannschaft denn? A-Junior und da oben steht es. Da haben sie es versteckt und da vorne auch. Okay, gut. Manchmal bin ich blind. Ich suche im Text nach solchen Infos. So, da ist er. 55er Stürmer. Der kommt natürlich für Navarro. Ist ganz klar. Brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren. Ist einfach nur krass. So, gehen wir direkt rein. Um den müssen wir uns auch kümmern. Da gibt es unterdurchschnittlich Sonderbetreuung, Privatlehrer... Trainingsplan machen wir für einen Stürmer. Heißt Torriecher. Das bollern wir gleich mal hoch auf 90. Schusskraft bollern wir gleich mal hoch auf 90. Braucht Aufmerksamkeiten. Ist aber nervenstark. Das ist ja schon mal schön. Fernschülse bollern wir hoch auf 90. Alles, was irgendwas mit Tor zu tun hat, bollern wir bei dem hoch auf 90. Volleys natürlich auf 90, ganz klar. Und ja, ich weiß nicht, wie groß der ist. Das ist das Problem, ob der Kopfball überhaupt einen Sinn macht. Der ist ja eigentlich Trippler. Robustheit ist ein ganz wichtiger Wert. Bollern wir gleich mal hoch auf 90. So, und da ist er wahrscheinlich jetzt lang genug mit Lernen beschäftigt, diese Fähigkeiten zu steigern. Und dann kriegt er auch gleich mal einen Mentor. Und zwar einen richtig guten. Ihn hier. So, und der muss aufgestellt werden als Stürmer. Keine Chance, den nicht aufzustellen. Der muss als Stürmer aufgestellt werden. Und kriegt Sonderbetreuung. Und er kriegt alles, was nur geht, weil seine Note unterdurchschnittlich ist. Ich will, dass dieser Spieler sich so wohl bei uns fühlt, dass er nicht mal auf die Idee kommt, daran zu denken, woanders hinzugehen. Also die Jungs, die habe ich eigentlich abgeschrieben. Da ist nichts dabei, was wir irgendwie mal hochholen könnten. Das ist ja mal ein krasser Wechsel hier. So, und der Wechsel hier, der freut mich. Der freut mich wirklich, weil das defensiv Mittelfeld in der zweiten Mannschaft extrem stärken wird. So, der hat ein Trainingsziel erreicht. Okay, individuell Training, Training weitermachen und so weiter. Okay, passt. Dann individuellen Training, Ausdauer weitermachen. Ja, passt. Passt auch. Passt. Passt. Passt, 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 passt. Sagen wir einfach. Und machen weiter. Oh, ich müsste eigentlich mal wieder fürs Laufen. Ich vergesse das immer fürs Laufen zu trainieren. So, das nächste Spiel, was ansteht, ist gegen Real Valladolid. Oder wie auch immer man das ausspricht. Die haben starke 767. Sie sind 17. von der starke Rangliste her und befinden sich auf Tabellenplatz 11. Also sollte eigentlich ein Sieg für uns drin sein. Ist dann der sechste Spieltag und diesen sechsten Spieltag war wie rote Karte. Fünf Spiele gesperrt. Was geht denn hier? Aber wollen wir mich ver... Nein. Tja, super. Portillo verletzt. Joaquin verletzt. Adili gesperrt. Das sind so die Momente, wo man dann sagt, super. Und hier haben wir auch keinen, der ihn ersetzen könnte. So richtig ersetzen könnte. Weil der Marc, der vielleicht in Frage käme, ausfällt. Weil er auch verletzt ist. Okay, das ist ein Problem. Um das kümmern wir uns dann aber, glaube ich, in der nächsten Folge, wo wir dann alle Einstellungen machen fürs Spiel und wo wir auch das Spiel zeigen. Also wie gesagt, nächste Folge, der sechste Spieltag der spanischen Liga. Und wir haben massive Personalprobleme. Und ja, ich bin gespannt, wie wir die lösen. Ich denke, ihr seid auch gespannt, wie wir die lösen. Vielleicht hat auch einer irgendwie eine glorreiche Idee. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wen ich einsetzen soll. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Ja, genau davor hatte ich Angst, mit so einem kleinen Kader an so vielen Wettbewerben teilzunehmen. Zwei verletzen sich, einer wird gesperrt. Pum, super, GAU. Wir werden es irgendwie, werden wir es geregelt kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deshalb, klickt beim Nix mal wieder rein, wenn es heißt nickfrei zockt, Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.